Herzlich Willkommen nicht, vergesst nicht, dass Warpods alle irgendwie so, keine Ahnung, hallo. Eigentlich wollte ich das irgendwie vorlesen. Hallo. Auf andere Spieler warten. Wir spielen auf einem Fußballerfeld und haben Superkräfte. Dein Lümmel ist dran, Jerry. Der Lümmel schlägt sich durch das Gelände. Ach du Scheiße. Hallo, Kevin. Grüßt, Kevin. Die Lache. Boah. Huiiii. Puff. Nöööööö. Wir haben nicht gewinnen. Hä, irgendwie hat das noch 73 Schaden gemacht? Das gibt aber nur Maxima 75. Äh, oh Gott, wie cool. Ähm. Äh. 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 Perfekt. Aber warum haben wir nur so wenig Zeit? Äh. 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 Oh mein Gott, wo die hat für mich. Die kennt mich ja nur von TTT. Die kommt ursprünglich aus Worms. Ja, ursprünglich kommt die aus... Äh. Leave me alone. I'm going to strike. Aus... Ach du Scheiße. War das Ritter der Kokosnüsse? Oder der... Äh. Irgendwie in anderen Film. Auf jeden Fall Monty Python Film war das. Da mussten sie gegen den... Todeshasen of Doom kämpfen. Und die hatten nur die eleganten Galater gegen. Ja, das Ritter der Kokosnüsse. Ja. War das Ritter der Kokosnüsse. Oh, was hab ich denn hier? Will auch mal. Hab noch nie mit der geschmissen. Bam. Ich hoffe, dass du nicht Kevin triff. Hallo. Ne, er wird es mal Heinz so treffen. Aber wahrscheinlich trifft er jetzt daneben. Oh. Du hast dich selbst getroffen. Ich hab nur mich selbst getroffen. GG. Ja, das ist äh... Easy, mann. Easy. Kevin kann minus 3 zählen. 1, 2, 3. Kommen wir zu euch auch nochmal damit. Wo ist mit dir Jerry? Jerry wird einem wenig Schaden anrichten. Wahrscheinlich nicht. Ein Vater. Oh. Au. Immer der Kevin, ey. So eine hat das viel lauer gemacht. Oh. Wo bin ich denn bitte? Deine Mutter ist, äh... Äh... Ach, da hinten ist Chantalle. Moment. Moment, hier kommt deine Mutter, haha, vielleicht wird das immer noch so sagen. Tschüss. Hauptsache der Scheinwerfer fliegt in die Luft. Ja, und, ja das muss so. Das ist, äh, eigentlich, das ist, äh, Scheinwerfer. Ja. 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 Die Chantal ist dran. Komm, hier bin ich weg. Warum bist du eigentlich nicht auf der Mühne gelandet, was soll das eigentlich? Da war zu viel des Guten. Och, Mann, Chantal, der hat die gleichen Probleme wie Uschi, oder wird? Sie kommt direkt nach ihrer Mutter. Da ist ja auch einer von mir, da sind ja überall welche von mir. Sure, nu, 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 ah, fuck you. Was war das denn? Jetzt sehe ich auch so viel. Mein Hinterkopf finde ich wunderschön. Das sieht irgendwie ein Arsch aus. Da kriegt Arschgesicht eine ganz andere Bedeutung. Nur auf der Rückseite. Du Arschgesicht von hinten. Sie ist sogar adlich, ja? Von und zu Arschgesicht. Vorne zu Arschgesicht. Alter! Nicht deine Mutter! Nein! Wow, der war schlecht. Ja! Super! Oh, es regnet Minen. Wir brauchen mal einen Spielmodus, wo es die ganze Zeit nur Minen regnet und nichts anderes passiert. Und wenn er als erstes die Minen aufm Kopf kriegt, kriegt Platsch. Wow! Yes! Yeees! 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 You get your smile! Jaaaa! Yesa! Au! Oh, sie ist so höh, bist dumm. Jacqueline, hallo. Sind mir gerade die Zunge gezeigt? Ah, thank you. Sind mir gerade die Zunge gezeigt? Das lief so, schnarcht. Weg dich, ah. Aber was? Jetzt hast du meinen Murmfeucht gemacht. Immer noch gerne. Ich habe ihn aber letzte Nacht schon gewaschen. Ah, jetzt habe ich schon wieder so viele Bilder in meinem Kopf. So viele Bilder. Warum musst du dir auch alles willig vorstellen? Weil ich so denke. Hallo, Kiwi. Scheiße, da wird auf mich gezielt. Ich hätte gedacht, wenn du mich getroffen hättest. Wow. Auch so viel Schaden. Meine Kamera glitscht rum. Der Schatten macht so voll die komischen Handfaxe. Warte bei mir. Holzhammer. Hier kommt, spiel endlich. Mine, okay. Du darfst dich jetzt nicht mehr fortbewegen. Oh. Das sieht so komisch aus. Du bist voll in den Boden eingematscht. Aber irgendwie... Mal. Jetzt habe ich Kevin de Oma gelesen. Kevin de Oma. Omar. Warum kann ich nicht springen? Achso, okay. The real Oma. Real Oma. Sonst hättest du dein Kanal. Ich bin deine echte Mama. Ich bin deine echte Mama. Ich bin deine echte Mama. Nicht deine Mutter. Immer wollen deine Mutter angreifen. Deine Mutter. Ja... Papa. Boah. Ist in der Kiste. Äh, was mach ich denn? In Wahrheit ist das nur ein sehr brutales Football-Spiel. Ja. Mit Handgranaten in Fußball, äh, mit Fußball... Das Auge. Ich hab keine Ahnung. Was macht das Auge? Das Auge. Was macht das Auge? Guck. Guck. Mach der jetzt wirklich Augen da drauf? Ja. Toll. Die machen nur Gif, die machen keinen anderen Schein. Ich hab ein Auge auf dich geworfen. Oh Mann, ist schlecht. Sollte man die einsammeln? Ich weiß ja nicht. Die sind so gut wie eine Waffe. Deine Mutter ist alle. Erstmal deine Mutter heilen. Deine Mutter ist alle. Sie ist alle. Ja. Schmeing. Oh, was ist das? Nicht die Uschi! Er versucht die Mi- Uschi versucht die Mine auszublasen. Hahahaha 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 Das hat so ne richtige Uschi getroppt Hahahaha Achja So Uschi Deine Mutter mag dich nicht Mein Vater mag mich anscheinend auch nicht WTF Nein Jerry mag dich auch nicht Hahahaha Ich auch nicht Hahahaha Hahahaha Fick das Aber er hatte doch grad ne Schnapszahl Jetzt ist er besoffen Hauptsache er guckt mich an Aber ich find die Musik einfach immer mega chillig Das beste Jerry zeigt uns wie es gemacht wird Jerry wird ein bisschen Schaden anrichten Und Uschi lacht sich kaputt Während du das sagst Das ist super Nein nimm ihn Wenn du ihn nochmal schießt geht er in die Mine Oder er ist äh Was es auch ist WTF Hahahaha Ich bin an der Luft aufgeprallt Weil ich zu cool für die Luft bin Und Chantal ist so Nein Was heißt das Entweder steigt der Wasserpegel oder alle Würme werden krank Oder ich weiß nicht Ich glaub der Wasserpegel steigt Äh wisst ihr was Dann verpiss ich mich mal Aaaaah Die Schwulenbombe Ich hab überhaupt nichts getroffen Ich hab überhaupt nichts getroffen Ah Uschi hat 69 Leben Und das Musik ist voll laut Ich kann Ich kann Was der Arzt verschrieben hat Ich kann die Option nicht öffnen Oh Mann Achja Drop den Willi ey Hör auf das Danke Deutscher Hör auf das Ja Ja Nein Das ist da oben geblieben Nein, spiel endlich! Er säuft nächstens! Nein, spiel endlich! Halt dich von deinen Lymphären. Nein, Karl-Heinz kann sich aber noch nicht bewegen. Der kann sich die ganze Zeit nicht bewegen. Das ist ja voll gut, man muss einfach die Gegner einhammern, dann können sie nicht mehr weg. Ja, rette ihn, indem du ihn da rausbombst! Oder irgendwie nicht. Au, du Arsch! Er ist einfach nicht zu 14 gegangen. Ein 14 zu 14. Spiel endlich mal nicht schwimmen! Nein! Oh, das ist eine geheimnisvolle Kiste. Deine Mutter ist dran. Karl-Heinz hat noch eine Rechnung zu begleichen. Teamkrankheit? Fick dich! Ehrlich? Ja. Nein, ist bisschen betapperführlich. Kann man nur das ist ziemlich wetter fühlig. Da tadada tadada tadada! Madelebe! Ushi wurde ausradiert. Hast du das? Isisz platt?! Nein!ther. Ushi, wir werden von... was, Ushi? Werden wir vermissen? hundreds die dass Vueuee kommt? besonders ich weiß gar nicht wo ich hier rumstehe und so wer wird als nächstes ersaufen hauptsache auf dem zeppeli ist jetzt mein platz ja naja ihr seid doch noch ein leichteres ziel als alle anderen wie ist das schon war schön mit ihr doch mehr schaden gekriegt aber das ist das gift das er noch kriegt hat die zeit von günther ist gekommen ich kann mit dem jetpack nicht umgehen ok dann schlägt ich mich mit dem jetpack ist in Ordnung ja ok vielleicht gehst du runter hauptsache hauptsache mal benutzen ich ich poff ich hab doch keinem Wort aber dankeschön wirklich nett von ihr yes ach manno naja viel spaß jacqueline damit hauptsache auch du bist umgeblieben ja oh das war wirklich knäpplich ey hau 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 ja kevin ist dran wo ist kevin kript eh 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 äh eh kevin ist alle Es hat kein Kevin mehr. Daneben. Daneben. Ja, ja, mach's mit der Säule, ist okay. Gesundheit, Lümmel. Oh, 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 oh. Wo ist die Lümmel? Warum hast du das gemacht? Die hab ich nicht gesehen. Oh, was ist das? Boom. Oh, schön, ey. Es ist spät, okay. Deine Mutter hat einen Schlupfen. Hier kommt deine Mutter. Was hab ich bekommen? B hab ich nur noch gesehen, scheiße. Ah! Ah! Glück! Ähm, ähm. Verpiss dich, Jacqueline. Schackeline! Du piepst die bei dir so lange, bis die explodiert. Bei mir ist sie sofort explodiert. Weil das unterschiedliche ist. Nein, nicht dein Esel! Und mein Schackeline so, wow! Nein! Ja! M-m-m-multi-kill-kill-kill-kill. Und Stantalla einfach so, wow! Äh! Deine Mutter verschwendet eins. Mään! Moooooo! Irgendwas ist ins Wasser gefallen. haben wir nur Minen, nicht ich, Gott sei Dank. Niemand gewinnt. Was ist die Robo-Kanone? Die schießt, wenn du dich bewegst. Ich probiere sie einfach mal aus. Naja, jedes Mal wenn sich jemand anderes bewegt, gräf die an. Ja. Außer deine Würmer. Außer den Lümmel. Scheiße, jetzt darf ich mich nicht bewegen. Na doch, wenn sie nicht in deinen Blick fällt, ist dann schon. Ich seh nix. Wo ist die? Da hinten. Da hinten. Ach, da ist sie. Sie will mich treffen, oder? Nein, sie sieht mich nicht. Doch, sie ist... Daneben! Nein! Okay, mir geht's gut. Ehh! 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 Ja man. Hier. Ich wirf dich mit Amerikanern. Jaa. Yacht, war richtig fett versenkt ey. Haha. Und das passiert, wenn ihr ein Amerikaner flach legt. Oh mein... Gesundheit, Lümmel. Und er lacht dich erst mal aus. Wäre Günther noch gestorben, ich hätte sogar lacht, ne? What the fuck ist da passiert? Das Schaf einfach so glücklich gekriegt. Leave me alone, I'm going straight. Warum? Günther. Leave me alone, I'm going straight. Günther sucht Ärger. Günther aufs Ganze. Seht ihr das auch, diese komischen Grafik-Glitches da? Wenn der Schatten ist an der Kante? Oder sieht das so bei mir so komisch aus? Bei mir sieht nichts komisch aus. Nur so ein bisschen, so ein bisschen eckig, meine ich. Ja. Ich hab so über Streifen Schatten. Das gehört nicht zum Skript! Aaaaaah! Wow! Aaaaaah! Das waren die Schatten, die ich nicht mal gesehen. Warum soll ich fallen? Ouuuuuuh! Yiiuuh! EEM! Oje, irgendwas ist passiert, oje. Lass mich! WTF? Es ist spät. Chantalle aufs Ganze. Guck mal, wir haben ein Swimmingpool. Was tut es da? Okay, jetzt nicht oder was? Und Lümmel lebt immer noch. Nein! Ich hab die falsche Taste getrunken. GG, Johanna, GG. Wir einigen uns wieder darauf, dass es einfach spät ist. Tschüss Johanna! Oh nein, mein letzter Wurm! Nein, nicht Lümmel! Er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Ja! Wie er einfach auf dieser Leiden balanciert. Er hat noch einen Lebenspunkt! Er hat noch einen fucking Lebenspunkt! Er lebt noch! Gut, es hilft mir jetzt nicht, dass du ihn entgiftest. Denn sterben kann er eh nicht angiften. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du im Wasser gelandet wärst. Oh, ich hab ja ne Seifenblasenmaschine. Nein, 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 mach das! Fick dich! Was kommt jetzt? Okay, gewonnen! Schau mal! Schau mal, wir haben ein Swimmingpool gemacht! Jaaaay! Danke fürs Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht weniger failen! Egal! Wir haben uns alle selbst getötet! Tschüss! Tschüss!